Ja, wir sind jetzt gerade mitten in der Projektphase, also wir skizzieren jetzt die einzelnen Projekte und was wir versuchen dort aus unserer Erfahrung mit einzubringen, ist, wie man solche Projekte schärfen kann, dass am Ende auch ein fassbares Resultat rauskommt, mit dem auch die Branche arbeiten kann. Was ich sehr schön finde, ist, dass sehr viele kreative Geister und Köpfe hier sich die Köpfe heißreden und sich engagiert an einer Sache beteiligen und auch selbst dadurch bessere Gedanken bekommen, sich spiegeln können mit anderen und so Projekte weitergetrieben werden können. Dann in den Verlagen und den Buchhandlungen, aber auch für das Projekt selbst.